Diese Sendung wurde live untertitelt. Jy yo yo, Leute und Hallö und Herzlich willkommen in einer weiteren Aufnahme Warframe Zusammen mit Markus und mir Nicht Foto dabei? Nein, Foto nicht dabei. Foto muss saufen. Ja, wahrscheinlich. Und zwar spielen wir eine Verteidigungsmission, ne? was schon scheint so als müssen wir dieses Ding hier verteidigen wo hast du die Mission jetzt gesehen? Unten ich stand bei mir diesmal gar nicht da what the fuck jetzt habe ich wieder dein Profil geöffnet ah da ja check du die Seite, ich check hier drüben wir kommen bis hoch oh ich muss für jeden Fall meine erste Fähigkeit benutzen, das ist ja geschenkt ja bei mir ist safe und ja ah da sind noch welche Gegner während des Rutschens, das ist auch bad geht schon so so kommt schon wieder die nächste Welle Blitz raus und dann schon zum dritten Mal Blitz verwendet oh leck nicht leck sagen, wenn du leckst sagst ist die gut nein, leckst das hat wirklich kein leck gerade eben muss man in Deckung gehen ich darf die ganze Energie aufsammeln, ich verbrauche die ganze Zeit ey! wie er da abkämpft aber wir haben einfach überhaupt nichts verloren an dem Ding ja nur Schutzschild ja doch nicht mal das wirklich stark ja mh so, wieder 1000 Affinität hätte bisher schon wieder abgeschlossen, ich schaff das irgendwie jede Runde auch geschafft nein, jetzt habe ich nicht mehr genug Energie für Blitze ist doch behindert ist doch behindert aber jetzt habe ich zum Glück Eis und Blitzschaden auf meinem Schwert jetzt macht es dann inzwischen doch ziemlich gut Damage hey, ich kann meine Maus nicht mehr nehmen komm bei dir auch what the fuck hey, what the fuck hey, what the fuck was bei dir war ich kann nur noch in eine Richtung aimen jetzt kein Scherz wie viel... wellen gibt es eigentlich ah, da hinten bei mir wieder ja, man jetzt wird aufgeräumt ey, es packt alter oh, die... alter Pissi das ist mein Scherz der wurde durch den Burgl ah, jetzt kann ich nicht wieder drehen hey, jetzt kann ich nicht wieder nicht mehr drehen hey, grad war voll dunkel bei mir jetzt kann ich nicht wieder nicht mehr... alter, was ist jetzt los? das habe ich mich umgedreht, das geht wieder nicht ich glaube, ich bin irgendwie vergiftet oder so ich kann mich immer das ein bisschen drehen ich blinke auch mal feste vor oh man, ist der Pisser oh ja ich habe ihn in der Mitte zerteilt oh man, der Pisser die sterben jetzt gehts wieder scheibenbar es ruckelt zwar immer noch so ein bisschen, aber jetzt scheint es wieder zu gehen hey, ne ah ja, jetzt gehts wieder ok, ich glaube, ich hatte irgendwas hat der Mauslinz hängt alter hallo, hier lebt noch irgendjemand nein ja, da hinten, ja oh leck g die Wester aber du musst halt treffen, ne oh fuck, ich hab wollte den Nebenwanderer mit blitzolk auch Wach für eins drücken wollte, dann einfach blitzgefeuert gefeuert vielleicht sogar vercheckt dass ein blitz ist ursprünglich doch nicht verdauen ja alter wieso immer ich hab volle social du bist einfach dauert ja da haben wir alle an da schaut gerade in ihr fest was sind die am vorgesehen jogi du weißt nicht was passt ihr bekommt der kampfmacher du weißt was das letzte mal passiert ist überrascht ich würde sagen wir hätten wir einfach noch mal schnell was hinten dran weil das war jetzt eine verteidigung mit handicap handicap dass ich mich die hälfte der verteidigung nicht drehen konnte und trotzdem geschlachtet so jetzt fliegen wir wieder unser raumschiff hier schön in die kurve genau leute was ich euch aber zeigen wollte ist das ich kann jetzt natürlich schon für den nächsten war frame hier ein chassi bauen dafür brauche ich noch einige polymärbüttel und noch ein gallium darum sind wir auch die ganze zeit auf merkur unterwegs weiß doch die polymärbüttel gibt wir auch nur noch ungefähr 400 stück davon 600 habe ich schon ja das ist doch eine frage der zeit und jetzt spielen wir die auffolgende gerade eben haben wir die verteidigung gemacht und jetzt würde ich sagen spielen wir hier überleben aber dafür sollte ich stopp mal zurückziehen überleben spiele ich lieber wieder mit bei maschine gewährt das spricht nicht mit der schottgarde so merkur apollodorus apollodorus da sieht man es in meinen schwert hat jetzt eis und blitz Okay, äh, ich bin für, wir vercampten uns hier. Oh nö! Das ist wieder sowas, so wie die Lebenserhaltungsdinger. Weißt du das? Weißt du, was ich meine? Nee, glaub nicht. Das ist das, wo wir mit Futur 3 mal hintereinander gefailt haben. Oder viermal. Das ist die, das soll die Mission. Wir müssen immer wieder zu dem gelben Ding hinterrennen, dann schnell aktivieren und zum nächsten rennen. Und dabei überleben. Und das sind einfach tausende von Gegner. Der blieb. Du machst das schon. Oh, für 30 km mit dem Gewehr. Da ist es, ich geh hin. Okay, du. Ja, gib mir Deckung. Da gibt's. So, jetzt haben wir wieder 100%. Da wo bist du jetzt hin? Ohne Frage. Genau, weiter. Da hinter. Ne, da drüben hin. Da unten, ja. Da. What the fuck hinter uns. Tuf aufgestiegen. Oben. Einfach in Bewegung bleiben. Achso, wir müssen erst so Dinge eins sammeln hier. Da, da, da. So eins hier. Und hab's. Hä, ich dachte ich hab so eins. Ah, jetzt ist es da. Okay, mach du. Ich geb Deckung. Halt ich. Okay, wohin jetzt? Ich hab's. Ich hab's. Jetzt will ich den hier noch abschlachten, aber ich freff ihn nicht. Da, jetzt. Jetzt weg hier. Bevor hier noch tausend andere kommen. Ah, diesmal scheiden wir schon besser geübt zu sein in sowas. Und Futur ist nicht dabei. Ist ein Handicap weniger. Ja. Der stirbt uns zumindest diesmal nicht weg. Wohin denn eigentlich? Keine Ahnung, wir haben noch kein neues Ziel. Einfach suche. Alles umballern. Alles töten. Ist Loot. Sehr viel Loot. Da ist jeder so ne Kiste. Da unten, unter uns. Ne, ich hab eins gefunden hier. Ja, super. Na, kämpft da ein. So, ich hab gleich den Weg wieder durchgeschossen. Ich bin wieder dort. Okay, aber ich kann's noch nicht benutzen. Ich muss erstmal wieder mein Schutzschild aufhören. So, da hinten. So, aufgeräumt. Aha, hinten. Da. Hast du's gemacht? Ja. Gut. Ich hab gedeckt. Alter. So, weil's Schild macht's nicht mehr lang wird. Everything on. Pisa. Ja. Okay, weil's Schild ist wieder da. Jetzt sind wir sogar schon zu schnell für das Spiel. Oh Gott. Ähm, wir bist'n du da hinten. Ja, ich lad' gar nicht. Nein, 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 wir müssen eh wieder da runter gleich, denk' ich. Komm. Ja. Ich hab da oben alles eingesammelt. Weil ich brauch wieder Energie, um meine Blitze zu machen. Oh, ich brauch wieder Schild, alter. Gut, Schild ist da. Gesundheit Level 2. Ah, nee, Geschwindigkeit Level 2. Hier lang geht's. Ja. Oh, der. Mal kurz campen. Ja, camp du mal. Ich versuch dir irgendwie Backup zu geben. Geh mir da am Start. Ah, hab ich da schon hinten weggeballert. Okay. Bin bei der Tür. Alter, ist der Raum hier riesig. Die Part mal lieber aus dich. Bis unten? Oder was? Ja, siehst mich da aus der Kappe. Oh, naja. Also, das ist du. Wolle. Also, der Raum hier, glaub ich, wird schon heftiger. Ja. Was so groß ist, alter. Hab ich. Gut, dann loot hier alles. Hier sind so viele Kisten. Ja, jetzt hast du auch was schön aufgeräumt damit. Was ist dahinter? Siehst du auf der Karte? Wir sind raus. Wir haben's geschafft. Wir müssen nur noch fliehen. Aber es sind so viele. Okay, ich folge dir. Ich versuch's. Hier ist loot. Loot kann man nicht entgehen lassen. Jetzt kletter da hoch. Nein, ich werd verprügelt. So, okay, jetzt kletter hier hoch. Bist du, alter. Ja. Ja, ich wurde grad verprügelt. Ich mach mal lieber Speed hier ein bisschen. Okay. Wollen wir fliehen oder weitermache? Wir könnten da oben noch eins aktivieren. Aktivier das mal. Mach ich mal. Aber ich kann's nicht. Ja, es dauert doch kurz. Ich muss erst auftauchen. Ja. Ja. Ah. Das ist krass. Es sah halt grad so aus, ob die fliehen würden. Haben sie auch so halb, glaube ich. Das machen die immer wieder, wenn du so eine Kanzel aktivierst. Keine Ahnung warum. Ey, mein Schwert ist so mies. Es durchteilt einfach bei jedem ersten oder zweiten Schlag jeden einfach in der Mitte durch. Ja, das ist so. Ja, mein Schwert hat einfach 170 Prozent Schaden oder so. Und dabei noch Eis und Blitz. Alter. Wir fliehen mal, ne? Ja. Ja, okay. Können wir machen. Ich glaube, es ist um den Kopf nicht. Da ist der Nächste. Ah, da hinten ist eins. Ja, okay. Es dauert immer ein bisschen. Durchgeblitzt. Ja. Das machen wir noch und dann fliebe, würde ich sagen. Ja. Meister hat es das Tier mehr wieder hier den Sieg. Das will ich so. Ja. Ja. Ja, das geht. Hast du es gemacht? Na ja, das ist nicht da. Ist da hin. Achso, das ist noch weiter hier lang. Ja, fuck. Da hinten. Kannst du machen. Noch Deckung. Ja, gibt Deckung. Hab ich. Okay, dann weg hier jetzt. Das ist so mies. Du bist auf Droge. Oh, ihr wisst wieder längst. Ich wäre einfach zu schnell. So, wieder Droge aktiviert. Weil ich hab gerade eben bei der Geschwindigkeit nämlich noch um den Level höher geht, bekommen in der Runde hier. Das merkt man schon, dass die noch schneller geht, ne? Life Support incoming. Nein, den holen wir nicht mehr. Ja. So, looten hier ein bisschen, ah, Besuch. So, wegschrotzen, looten hier ein bisschen. Sehr gut. So, das war's. Ja, ne, Foto, wenn du siehst, ne? Das treiben wir eben schon unter die Nase. So, dann der Rückzug. Oh, wir bekommen noch mal Besuch. Blitzi, alter! Das war gerade so 30, 40 Kils mit einem Blitz, alter. Hast du, äh, hast du die Leichenscheine gesehen? Zwei, ein Blitz. Okay, Rückzug. Jo. Good enough, äh, go down, man. Hey, ich hab' grad ne 1500 Creditschister gefunden, ne? Null. Das ist natürlich auch nice. Jo. Insgesamt getötete Fighter 191, what the fuck, in einer Runde? Du hast mir Blitz eingesetzt, wie ich. Ja, ja. Also, darum geht's jetzt gar nicht, aber auch den Hütten, klar, dass ich wer töte. Naja, weil du erschöpfen bist. Mir geht's darum, 191 Kills in einer Runde. Ja, alter. Ja, das funktioniert ganz wenig. Dunkelz, äh, Zeit, 10 Minuten, 30 Sekunden. Ja, also, ich hoffe, das nicht zu dritt, aber zu zweit, das sieht man schon mehr. Ja, Leute, ich würd' sagen, das war's dann auch mit der heutigen Folge Warframe, und demnächst werden wir auch mal wieder eine Level-Up-Mission von mir sehen. Wahrscheinlich dann auch noch gleich im Anschluss zu der Folge hier irgendwie. Oder vielleicht dann im Voraus zur nächsten Folge. Mal schauen, lasst euch überraschen und bis dahin würd' ich sagen, Servus und Ciao. 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 Ciao.